hallo und herzlich willkommen liebe leute ich trage euch wieder die neue event wo eure wach von geangeboten gibt und ja wo gott mit geld auf gibt und gott mit lp auf gibt da mache ich noch mal ein echter video liebe freunde weil das weiter ich gucke gegen zeitpunkt jetzt noch nicht wo gott mit geld gibt und gott mit lp da mache ich aber noch ein echter video also macht euch gar keinen kopf ich trage euch nur die angebote was in angebot ist die woche was dich lohnt zu kaufen was ich euch empfehlen kann und ja wir gucken nachher auch noch im casino rein was gar kugel gewinnen gibt die woche wieder von alkohol oder was von valko allgemein gar kugel gewinnen gibt ich vermute mal es wollten alkohol kugel gewinnen geben beim korea gibt dann gelten kugel gewinnen deshalb aber naja wir gucken einfach mal rein jetzt fahren wir mal mit die angebote an die befolge los geht fangen wir mit die fahrkoll gang so bekamen wir denn hier bei arena war gibt noch hier angeboten nein keine angebote bei arena leider nicht so dann gucken wir mal hier weiter bei bennig gibt es bei bennig vielleicht angebote auch keine angebote wenn ich gibt das auch keine angebote so kann man ihn noch die fußkoll kreppgake gibt hier vielleicht angebote nein da gibt auch keine angebote wir gucken mal weiter hier bei die supergeilen alkohol wo die supergeilen alkohol gibt die supergeilen alkohol vielleicht gibt hier angebote mhm ja gucken wir mal gucken wir mal weiter gucken wir mal gibt es hier angebote oder gibt es hier auch keine doch hier ist ein alkohol angebot wunderbar leute wunderbar das alkohol kann ich auf alle fälle empfehlen kugel kaufen das berichte ich selber auch bin ich freundach wieder mit umher gefahren ist sehr geil das alkohol kann ich empfehlen kugel kaufen auf alle fälle kaufen lohnt gehe ich kugeln fahren also wenn die rennen fahren gut dann lohnt ich das kugel kaufen liebe freunde gönnt euch so haben wir ihn noch einfach könig oder gibt es hier nicht mehr weiter so hier gibt keine angebote weiter mehr weiter geht es lieber freunde aber kann man hier noch fahrgake braucht man nicht gucken fahriger will keiner hier in kubigoni angebote aber wir gucken hier mal bei armee armee webgake so dann gucken wir mal angeblich teuer der kerobake angeboten angeboten hatten vorhin von mir gedacht ich weiß es nicht weil ich bericht geben so kann ich ich sage nicht ganz so dann gucken wir mal weiter dann okay das jackpack ist ein angebot jackpack lacht die finger davon lohnt sich nicht leute ihr könnt das jackpack nur in der bagel parken woanders könnten jetzt nicht parken aber lacht die finger davon lohnt sich einfach nicht mal nach so aber kann man hier noch liebe freunde wer kann gerade ihr angebot kann ja die auf alle fälle kaufen einer gerberten punkter im gk5 online und ja damit könnt ihr schön leute in den lobby abpacken und damit könnt ihr natürlich auch die politik halten und ja dann gucken wir mal weiter liebe freunde aber kann man hier noch schönere angebote gibt hier noch mehr gibt hier noch mehr angeboten leiliger nicht liebe freunde hier gibt es keine angebote mehr gucken wir mal hier bei die bote webgake gibt es vielleicht bogen angeboten nee auch nicht aber kann man hier noch liebe freunde fahrzeuge brauchen wir nicht und dann gucken wir mal welche hand und gehrt gibt gar einfach ein angebot nein 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 leider nicht wir auch geht ne bekannt an gehrt gibt auch keine angebote leiliger nicht liebe freunde leiliger nicht keine angebote und ich mache ein bisschen geller weil und kawaka fliege wieder cool lange und deshalb aber ich habe ein bisschen geller heute machen kein bisschen geller alles aber ich sage euch ja doch gemacht ein angebot ist einfach daher macht euch den kopf so hier braucht man nicht gucken wo wir auch hier und mit dir jetzt kommen die immer so viel in leute ob gar was der angebot ist fangen wir mal an der hangar ist nicht im angebot der nachgub ist auch nicht im angebot aber wir hatten das ja auch gemacht der nachgub ist nicht im angebot der nachgub ist auch nicht im angebot ist die genovierende angeboten bleibt auch nicht weil wir hatten das nämlich auch gemacht die genovierende angebot fahren und der nachgub fahren nicht im angebot hatten wir auch gemacht so dann guck mal mal vielhalle vielleicht auch nicht genovierende angeboten nein auch nicht so dann gucken wir mal mokura kopf ist gern angebot nein nein genovierende kochen genau wie immer okay die bag ist ein angebot ja die bag ist ein angebot bag ist egal wo ihr die kauft das ist egal ob ihr die oben oder unten kauft ist egal das müsst ihr wissen ist die genovierende angebot guck mal ja die genovierende ist auch ein angebot aber die bag ist ein angebot und genovierende davon ist auch ein angebot da wagt ihr richtig viel geld guckt mal wie viel geld ihr wagt wenn wir jetzt hier alles einbauen wollen guck mal was ihr geld wagt leute also kann ich auf alle fälle empfehlen die woche bag ist zu kaufen und ich kann auch empfehlen wenn ihr die optikalkanonen noch nicht habt auf alle fälle einbauen bei guck mal leute geihunger kaut was macht ihr das heißt also guck mal vor giege beide das geht eigentlich ja mit ihr wissen paris ist ein angebot guck mal ein munka ist ja auch ein angebot oder nicht mal gucken wir mal der bunka hier mit der bunka ist nicht ein angebot kochen genau wie immer renovierend auch genau wie immer ja die bag ist die bag ist ein angebot und ja weiter geht liebe freunde weiter geht ich bin bisschen akkalkan gefahrt ein bisschen komisch an hohen leute ich bin nicht gegen akkalkan liebe freunde eigentlich von dann so den haben wir hier doch okay die koche auch genau das büro kochte kofi wie immer ist die ganze umsiegungen angebot gucken wir mal nicht auch nicht auch hier alles wie immer oben noch wach haben wir hier noch einmal apartment könnte vielleicht ein angebot auch nicht gekocht auch so viel wie immer so so haben wir hier noch einfach können wir nur gucken wie viel geld aber kann ja trotzdem mal guck mal auf meine einnahmen wo geht mir gehört kommt einnahmen einnahmen hier immer meine einnahmen geht wo es geht kann ich gar nicht drauf gehen warum reagiert ist gar nicht so hier geht gar nicht keine anbomben hat nicht reagiert egal wir müssen kurz mal aufgeregt drehen noch mal kurz aufgeregt rein das hat eben nicht reagiert ich wollte aber gucken dass ich euch mal zeigen kann weil ich kurz einnahmen haben und gut nicht reagiert nicht ist ein bug egal egal leute ich glaub ja hier ist gar meine einnahmen und meine aufgaben liebe freunde ja dagegen weil ich auch ein geld habe und ja da sieht ja alles so noch einfach hier gucken wir mal hier noch mehr auf dem webgarten und bei durch dann wo ich mal gar nicht immer mal im casino rein und gucken mal wach ist gar die woche kugel wendern gibt die befolge und danach gehen wir noch im büro und komo koha kopf gucken vielleicht ob gar noch anfang angebot ist vielleicht jungen daneben oder aber gucken wir mal gleich rein im casino ja hier ist auch gegibt das kugel wingen liebe freunde aber die raue könnte auch kaufen also wenn ihr auch unbedingt haben wollt kauft euch doch ich halte euch das jetzt gleich mal wo ihr euch das kaufen könnt falls ihr das nicht gewinnen wollte könnt ihr euch das auch kaufen da geht ihr einfach auf tanker gear da gibt es hier schöne augen nämlich dann geht ihr hier rauf und hier ist das auch so das auch gekostet 800 kaufen wenn ihr es kaufen wollt und ja das gibt es die woche im casino zu gewinnen so dann gucken wir mal ob das auch gewinnen wir probieren das auf alle fälle mal wir probieren das mal leute mal gucken ob wir sind oder nicht wir gucken mal und noch wie ich immer glück habe ich verliere meistens immer aber nein wir probieren ich brauche ja auch noch ip mit meinem level natürlich da könnte ich bei der ip nicht mehr unnötig naja so ein guckt man mal kommen ein büro hin liebe freunde nehmen wir auch mal als CEO an und dann fahren wir mal kommen ein büro und dann gucken wir mal ob vielleicht auch ein lagerhauch angebogen ist oder ein kistenlagerhauch gucken wir mal so so lustig so büro ab vom büro leute jetzt rufen wir kommen ja geld ab von meiner unternehmung alles wirklich das ist alles keuer keuer bis rum geht nicht mehr und das buchen wir alle 45 minuten ab naja alle 45 minuten buchen die mir geld ab finde ich mega geil da wo ich richtig arm von auch mal mit einem glaube ich kann mit mir auch Irgendwann, den fahr ich gar nicht. Mega geiler Wagen, geht der ja gar nicht. Mega geil. Heute gehen schauen, gar nicht, das Auto ist geil. Jo... Dann gucken wir mal, Leute. Beim Büro und danach gucken wir noch Kumoko herkommt. Und dann haben wir es, liebe Freunde. So, rein da. Im Büro. Vielleicht ist hier Alkoholager auch ein Angebot, oder Kirchenlager auch. Wir gucken einfach mal, liebe Freunde, wir gucken einfach mal. Einfach mal gucken. Ja... Gucken wir einfach mal. Nur... noch geht... So... 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 Lochiert... Ich habe auch kochen, genau wie immer. Ist nicht ein Angebot. Schade eigentlich, naja. Kirchenlager auch vielleicht ein Angebot, oder den Kirchen kaufen vielleicht ein Angebot. Ne, auch nicht. Vielleicht Kirchenlager auch. Wir gucken mal. So... Ne, auch nicht. So... Geben wir auch Rauchenbogo. Abkommt wohl Kojakob, liebe Freunde. Abkommt wohl Kojakob. Gucken wir mal, ob... Garten wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. So... So... Gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Ja, ich mache noch nur bei, weil ich keinem lange dauere und... Gucken wir mal. Und... Ja, ich habe auch mal hier. Ja, wie ich habe auch mal. Gucken wir 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 mal rein hier. So... Ob gar einfach ein Angebot ist. Vielleicht klingt ja die Unternehmen im Angebot. Wir gucken einfach mal, liebe Freunde. Wir gucken einfach mal. Vielleicht klingt die Unternehmen im Angebot. Einfach mal nach. Gucken die befolgende. Hier... Gucken wir mal. So... Gucken wir mal. Haben wir auch angemeldet. Ja, haben wir wunderbar. Gern mal rein. Gern ja. Gern ja. Gern ja. Gern ja. So... Sind die Unternehmen vielleicht ein Angebot. Gucken wir mal. Dann muss man hier draufgehen. Hier... Ne... Gern ja. kochen alle genau so viel wie immer ja naja ich muss gar nicht die woche ist nicht so begonnen nach die angebote mehr also angebote her ist das nicht so begonnen aber naja wo ich mal gar naja ich habe hier noch mal kohle aber ich weiß gar nicht warum ich hier mal kohle gab keine ahnung aber ich muss gar nicht die angebote nicht der hammer leute aber naja geht einer machen und nachher als krieger heute kommt noch ein video oder morgen wo ich mal gucken wie ich das schaffe liebe folgende da kommt ja noch ein video wo koppelt geld gibt die woche und koppelt lp gibt es wieder kommt heute noch ein video oder es kommt morgen das video wo koppelt geld und koppelt lp gibt muss ich mal gucken wie ich das zeigt mich ich habe liebe folgende auf alle fälle kommt die woche noch ein video wo koppelt geld und koppelt lp kauf gibt und ich wollte ein denken von koppeln wir kommen nirg mal